Ja, gerade bei der Körpermessung habe ich gesehen, dass ich wohl ab nächsten Dienstag, der 1.8. selber bei Figurenform Ernährungs- und Abnehmkurs mitmachen muss. Und deswegen nehme ich mir mein eigenes Begleithaf mit und nehme mir auch gleich die Startdose für die ersten zwei Tage mit. Das heißt, ich fange gleich am Wochenende an und wünsche dann euch allen, allen Teilnehmerinnen und mir viel Erfolg dabei.